Er baut sich mit Erde um, da bin ich doch genug Ja, da haben wir genug, soll es jetzt Ist ja nicht so, dass er es dann wieder abbauen muss Nö, an der Stelle eh nicht Ich seh'n Creeper Komm, putz 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 Töt' mir bei den Steinen, obwohl Creeper hauen mir Erde weg Ja, ja komm, ja komm Oh, oh, oh Ich hab's gehört Life is life Creeper Ja, na, na, na Life is life So Ich hab auch keinen Schaden bekommen Pro Gamer, yo Das war's aber auch hier gleich, glaub ich schon Also wenn er, wenn ich jetzt diese Erdschicht nicht gemacht hätte und ihr jetzt runterfallen würdet, werdet ihr definitiv tot Bin doch lustig Denn ich fall' ja nicht runter Stimmt Bestimmt ab und zu Aber nicht so oft wie wir Da bedacht ich immer, ihr werdet viel Pro Gamer war, als ich in Minecraft Aber dieses Let's Play, äh, weiß nur irgendwie das Gegenteil Dort ist ein Creeper, holt ihn hoch Nee Die Treppen hochkrant mit dem Creeper Ich glaub das ist so Ja Da geht eh nur der Turm in die Luft, wenn du einmal kurz an der Treppe hängen bleibst Wahrscheinlich Du bist ja um einige schneller als er Ging ja eigentlich schon Ja, wenn du einmal hängen bleibst Und er anfängt inzwischen, dann ist glaub ich Ja, dann, ja Und dann muss ich ihn auch noch irgendwie über die Schlucht bekommen Ja Oh, jetzt wär' ich auch fast runtergefallen Ja, gell, da sind wir an der Stelle, weil ich mir nicht wusste So, und bei welcher Schicht sind wir denn? Die, da muss noch weg Oh, bei mir sieht das so cool aus, grade Was hier für Dirt rumliegt, Alter, schau' mal Das ist voll unnormal, ey Wer braucht denn so viel Dirt, ey? Ich Das ist... Das ist... Da hätten wir hätten was gebraucht Oh, bei mir geht hier langsam alles auf La, 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 la Oh, jetzt kommt die nächste Schicht, ne? Schön, dass du uns zur Drecksarbeit verdonnert hast Denn was ist das Ende der Drecksarbeit? Ist ja nicht so, dass ich dir genau das gleiche mache wie hier Du, sie machen eine riesen Fläche und du baust dich einfach schön nach unten Ja, hast recht, ihr könnt ganz bequem Erde abbauen und ich muss hier einen Schlender nach dem anderen abbauen Die haben aber einen Spitzel Ich kann dich natürlich auch hier runterschicken lassen Und dann fällst du hier alle zwei Minuten runter Wär natürlich amüsant Ja, das wär wahrscheinlich am besten Und wir, ähm, sitzen die ganze Zeit hinter ihm und gucken zu Ey Oh, ey Oh, 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 oh Fast runtergefallen Ich finde es wird so geil Sie ist für meine nur Buh Mist, ich hab einen halben Schaden bekommen Ne Oh, nur noch zwei Spitzharten Oh, mei, im Schaufel ist gleich kaputt Ich meine auch, ist doch noch die letzte gewesen Ja, dann muss ich wieder runter, dann schmeiß ich gleich wieder Dirt weg Dann kommen wir hoch und haben erstmal... Wir kommen dann doch eh hier oben an Ah scheiße Wahrscheinlich Ja Hoffentlich sieht das dann auch am Ende wenn wir fertig sind Ähm, richtig cool aus Ja Wenn nicht, tun wir einfach wieder zu Sonst bekommen wir Schläge, aber sowas von Ganz oben müssen wir dann doch auch ne Schachtel Dirt wieder drauflegen, ne Ja Ja Und dann... Damit wir das dann bepflanzen und so machen können Warum machen wir uns nicht einfach ne Kiste hier oben, wo wir da Dirt reinschmeißen Ja, ist ganz sauerbar Weil wir es dann auch wieder runterbringen müssen Wir bauen doch dann eh wieder Dirt Hey, ja, ähm, nicht unbedingt Ihr könnt... Einer steht rum Einer steht rum und der andere schmeißt es dann die ganze Zeit runter Ja Okay Warte mal, wir bauen es aber am besten zum Treppenhaus, wo wir nichts abbauen müssen Hm Dann bringe ich gleich... Ah ne, ich hab ja Holz dabei Ja Dann... Wenn ich wiederkomme, dann... Na, ich geh jetzt hier jetzt mal runter und du willst Eisen schaust Moment, ich muss Eisen in die Schmiede gehen Ja, dann wird Havel gar nicht vorgehen Lauf mal über die Wiese drüber Hier unten die... Da habe ich dort... Ich hab das schon alles eingesammelt Einmal... Jetzt ernsthaft Ja Ich hab... Herr Lauf noch mal... Ich hab sieben Stacks erdet Warum rennen? Wie in dein Haus Hey Oh, ich kann dich sehen... Ich kann euch sehen... Guck nach Rom, guck nach Rom Guck nach Rom Oh, Kulio an Rennig wäre Über meinem Haus Über meinem Haus Über meinem Haus Ich könnte jetzt genau runterfallen und auf meinem Haus fallen Guck, wie ist das? Ah, ich sehe... Wohoo Erde Oh, die Erdekiste ist ja voll jetzt... Toll Ja, wir haben aber zwei Erdekisten Die kriegen wir auch noch völkere Angst Ja... Äh... Erde können wir auch ruhig noch ganz aufbauen So, jetzt muss ich erstmal wieder Rinder ins Dings... Ins Eisendings Da war noch mal Stein... Da war Stein... Ich hab nämlich auch ne Mengen Stein dabei Ja, ich glaub Steinkiste brauchen wir auch ne zweite Und... Es liegt sogar hier unten Wenn's jetzt unten um der Berg rumläuft, es liegt sogar hier unten dort Ja, das war von mir, das war von mir Ich leg dann auch noch mal was in meine privaten Kisten ab, glaub ich Ich hab mir jetzt auch mal ein 64er Stack... Eisenbahn, weil... Hey, du wurdest ja keine Gast zu 64 Die kommen doch in mein Lager In dem Haus Ja, ähm... Natürlich Die Schwerter lass ich da Das Feuerzeug... Ja, ich lass mein scheißes Auge mal da, ne? Die Schere pack ich da rein Und die Fackeln pack ich da rein So, und jetzt geht das Schaufeln-Craften los Nein, ich hab keinen Platz mehr Ich glaub wir brauchen noch ein wenig mehr da oben, weil... Und Spitzhagen brauchen wir jetzt recht mehr Ich hab jetzt sieben Schaufeln Nimmst du Kisten mit hoch? Ich hab Holz noch dabei, ja, mach ich Ach, warte, ich crafte sie hier gleich Sonst muss ich da oben noch ein Crafting Bench Also einfach... Pflastersteine hauen wir da rein, Brot lassen wir dabei Die hauen wir da rein, ein Schwert lassen wir dabei Wie viele Kisten soll ich denn mitbringen? Nimm mal vier Stück mit Dann haben wir zwei große um Obwohl, nimm mal sechs Stück mit, weil dort ist ein wenig mehr Ja Okay, dann sechs Kisten Dann brauch ich noch... Freiheit Sechzehn Holz So, jetzt Jetzt Mal so Wenn bei den Kartoffeln Blumen drauf sind, sind sie frisch, ne? All fertig Ja Und ist das ja erst die Hälfte Schade Und wir hätten das noch so ein bisschen abzweigen müssen, weil die Crew macht da grad voll den Updance So, sechs Kisten sind da Die reichen nicht Natürlich reichen die nicht Also ich hab jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Schaufeln dabei Ich hab sieben wieder Scheiße Mehr Eisen hatte ich, mehr Eisen hatte ich nicht im Inventar Ich weiß es ja nicht, mein Inventar ist schon wieder voll Ah, ich will die Steine nicht wegschmeißen Schmeiß die Feuersteine doch einfach weg Okay Dein Inventar fühlt sich eh mit dort Ist so, Digga Ist so So, Kistenkommandant Ach du Scheiße Da hab ich mir aber was vorgenommen Da guck ich erstmal später nochmal nach Muss ich von unten mal gucken, wenn ich jetzt gleich mein Inventar leere Nee, bei mir baut jemand was ab, wenn ich dritten hochlaufe Da so Gefunden die Kisten Ja So dann, dann renne ich hier einmal übers Feld, hol den Dirt Delft Gleich kommt wieder Nein Ohohohooo Ohohohohoho Das war knapp Ohohohohohoho Ich seh dich Das war knapp Damit die kommt der Fall gleich weiter runter Lass ihn doch erst mal ein bisschen Leben regenerieren. Geh weg! Ja. Denkst du, das überlebe ich mit drei Herzen? Oh Mensch. Ne, ich will hier ja gerade was runterbauen. Hier müsste es eigentlich bis unten hin weitergehen. Weißt du. Und du wolltest, dass wir den ganzen Scheiß mit Steinschaufeln machen, ne? Wozu haben wir denn das Ei? Nein! Oh, wo bist du denn jetzt runtergefallen? Ein Millimeter neben dem Wasser bin ich gelandet. Ich habe gedacht, ich spring jetzt in deinen Graben da außen rum und dann knapp daneben. Und ich habe ein Fenster latscht. Oh, ja, ich sehe es. Und dein ganzer Ei... Der Maser hat wieder... Ach nee, du hast ja keine Hacker wahrscheinlich mehr. Was, ich bin doch wieder da. Warum hebe ich den Scheiß nicht auf? Weil du voll bist. Nein! Ich kann das nicht aufgeben. Oh, der Fallschaden kam spät. Ich bin jetzt auch dein Dings da runtergeprallt. Das macht noch Spaß, ne? Ähm, geh zu meinem Haus, da kannst du dir runterfallen. Da habe ich so ein bisschen runtergemacht. Alter. Wo habt ihr euer Eisen? Habt ihr jetzt euer ganzes Eisen bei euch gelagert? Nein. Boah, habt ihr das irgendwo hier in den Kisten gemacht? Oder habt ihr es dabei? Also ich habe noch sieben Eisen... Ne. Ich habe gar keine Eisenwaren mehr. Okay. Ich habe ca. 30 Stück verbraten. Aber dazu ist es ja da. Hm. Wenn du dich bei Diamanten so anstellen würdest, dann kann ich es verstehen. Auch wenn die auch dazu sind, sie zu verbraten. Ja. Ja, aber... Trotzdem stellt man sich irgendwie an. Ja. Aber dann sind sie ja weg. Ja. Diamanten sind nur zum Angehen da. So, hier ist wieder Koliwons Runterfallstelle. Da wo er sich mit Erde hochgepobelt hat. Äh, Kabel ist dann gleich mal weghauen. Jetzt habe ich wieder genug davon. Jetzt darf ich erst mich wieder ausrüsten. Mach ich das mal weg. Ah, das noch da. Ja. Und die Kohle lagere ich bei mir. Dann muss ich mir erst mal gucken, weil ich glaube... Ich gehe viel zu weit weg und mache mehr als die Säule gerade weg. Verstehst du? Das könnte ein bisschen problematisch werden. Du stehst da ja immer noch. Ich? Ja, ja. Ich könnte mein Inventar sortieren. Ja und ich bin hier schon... Ich habe schon wieder eine Schaufel geschrottet. Ich kann ja nichts dafür, wenn ich hier runterfall. Ich habe gedacht, ich lande in Wasser. Wie er sich vor der Arbeit drückt. Das ist unglaublich. Echt mal. Ich kann ja auch was dafür, wenn ich runterfall. Hm? Ja. Du bist ja runterfall. Wenn ich jetzt wieder da hochgehe, dann fall ich eh wieder runter wahrscheinlich. Ich mach den Rest dann mal alleine. Ja, aber du kannst doch in der Mitte machen. Da wo du eben gerade runtergefallen bist, kannst du doch das ein bisschen abebnen. Und dann kannst du ja nicht ganz runterfallen. So. Ja. Gerade noch so. Die ganze Ebene kommt hier ganz weg. Achso, die Steine. Ich fang nur mit Steinen an. Dann kann ich das hier alles wegmachen. Und das kommt dann auch weg. Und dann kann ich das Ganze wegmachen.